In diesem Video erklären wir euch die Perspektiven und deren Wirkung. Bei der Normalperspektive sieht man die Figur auf Augenhöhe. Dadurch wird ein neutraler Eindruck erzeugt und es wirkt sachlich. Verwendet wird diese Perspektive, wenn es um den inhaltlichen Schwerpunkt geht. Die Neutralität kann durch die Froschperspektive gebrochen werden. Bodennah gefilmt scheint die Person dominanter und mächtiger. Deshalb kann hierdurch eine Wertung erzeugt werden oder die Hierarchie veranschaulicht werden. Wertend ist auch die Vogelperspektive. Von oben auf die Person herabschauend wirkt diese unwichtiger und untergeordnet. Außerdem kann ein Überblick geschaffen werden. Zuletzt die Schulterperspektive, bei welcher eine Annäherung an den Blick der Person erzielt wird. Dabei liegt der Fokus auf dessen Handlung. Und das waren die vier gängigsten Perspektiven. Sie lassen sich vielseitig und in verschiedensten Variationen einsetzen. Probier's doch einmal selbst aus! Spbrochen 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 Spbrochen